Alles klar, Bibel klar! Alles klar, Bibel klar! Ich habe ein Problem mit dem, was wir gesungen haben gerade eben. Ich wünschte, so zu sein wie Jesus. Was ist die Realität? Die Realität tut mir weh und dieser Schmerz zwischen dem, was ich gerne sein möchte und dem, was ich nicht bin und dem, was ich nicht bin, da leiden wir alle von. Ja, wir alle von der Welt. Ich wünschte, dass es die Realität und die Realität ist, und das alles Ihnen verwendet. Amen. Gott verspricht den Menschen. Und Gott hat Israel gewaltige Sachen versprochen, Verheißungen. Und jetzt kommt das Problem mit, wir haben ein Problem. Ich kenne keine Verheißung in der Bibel. Ohne das vollautomatisch, der Mensch was dazu tun muss. Die Liebe Gottes, die muss beantwortet werden. Und wir sind geneigt. Wir wollen etwas haben von Gott. Wir wollen etwas haben, dass wir nichts von Gott haben wollen. Zum Beispiel, um was geht es denn hier? Hier geht es. Ihr werdet immer Kleidung haben. Ihr werdet immer Essen haben. Alles, was ihr nötig habt. Das wird euch alles gegeben werden. Alles. Und das höre ich gerne. Das höre ich gerne. Gott verspricht mir Versorgung. Ich werde genug Geld haben, um meine Heizung zu bezahlen, oder was auch immer. Und auch in geistlicher Hinsicht. Er wird mir alles, was ich brauche, geistlich. Die Liebe zu ihm, alles. Das wird er mir geben. Wenn. Wenn. Ich muss auch was machen. Was muss ich machen? Bitte nochmal, laut und deutlich. Versteht. Bitte, bitte, grunke und jasne. Diesen Stich noch einmal. Ich verspricht, sie schäfe. Ich verspricht, sie schäfe. Es ist wichtig. Aber was mache ich mit meinem Leben? Und jetzt bitte ich euch, dass ihr euch selber abfragt. An welcher Stelle der Wichtigkeit steht Gott für mich? Persönlich. An zweiter Stelle? An dritter Stelle? An zehnter Stelle? Wir haben so viele wichtige Sachen in unserem Leben. Was ist mein Wichtigstes? Worum ich mich kümmere? Worauf ich fokussiert bin? Das interessiert mich, da bin ich hinterher. Wenn ich ein Jäger bin, als Hobby, dann putze ich meine Waffen und dann lese ich meine Bücher. Und dann habe ich einen Jagdhund und dann gehe ich auf Jagd. Dann zeige ich damit, Jagdhund ist mir wichtig. Und ich bin voll Blutjäger. Ich bin voll Blutjäger. Jagen ist mein Leben. Und jetzt mit Gottes Sache. Gott, ich weiß, du bist und ich brauche alles von dir. Aber was mache ich? Was mache ich? Wie viele Gedanken, wie viele Worte, wie viele Stunden in meinem Leben sind fokussiert, verbunden. Und wenn ich erkenne, Gott steht für mich auf Stelle 25. Was kann ich machen? Kann ich was ändern? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Kann ich was ändern? Wie bringe ich jetzt Gott von Stelle 25 auf Stelle 1? Und wie kann ich jetzt mit mir jetzt mit dem 1? Was muss geschehen? Dass er mir das Wichtigste wird. Dass er mir das Wichtigste wird. Und jetzt sage ich euch von meinem Leben. Und jetzt sage ich euch von meinem Leben. Wo mir Gott das Wichtigste geworden ist. Und jetzt sage ich euch von mir. Und in derبة Seele wäre ich im mit dem Kreuz. Und ich sage euch von mir mit dem Kreuz? Und ich sage euch von mir. Und ich sage euch von meinem Leben. Es geht auch bei mir. Und ich sage euch von mir. Und Kilo ist das Wichtigste. Und ich sage euch von mir an. Aber seit dem Moment, wo er mich mit dem Kreuz konfrontiert hat wieder. Mit meinem Kreuz. Warum macht Gott das? Ist das Liebe? Und aus Liebe bricht der Gott den Matthias. Bricht doch lieber Ludmilla. Du musst doch nicht mich brechen. Ich bin aus Porzellan, ich bin aus Porzellan. Feines chinesisches Porzellan. Rühr mich nicht an. Umstände, Menschen. Ich bin ein rohes Ei. Ganz empfindlich. Und jetzt kommt Gott. Und er sagt etwas von einem Geist der Gedemütigten. Bist du gesehmütigt? Bist du zerschlagen? Bist du zerschlagen? Das merkt man. Weißt du, wann man das merkt? Und wenn man das merkt? Wenn die Umstände kommen. Die dir weh tun. oder den Teppich unter den Füßen wegzieht. Oder wenn du jemanden aus dem Knopf gehst. Und der Koffer so gerst. Vollautomatisch. Und ich zeige mein wahres Gesicht. Und was passiert? Spontan? Als erstes. Mein Stolz. Ergert sich. Der ärgert sich. Zwölf Jünger haben sich alle geärgert. Alle. 12 Jünger haben sich alle geärgert. Über die Kreuzigung. Und gegen Christus. Voll nicht. Gott ist gut. Wunderbar. Gott ist gut. Das ist gut. Die Verheißungen sind wunderbar. Aber lieber Gott. Dass du uns jetzt unseren Jesus wegnimmst. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir verhindern. Wir wollen защищatze. Petrus hat ein Schwert dabei. Der haut dann gleich zu. Und jeder von euch. Und jeder von euch. Hat die Anlage. Selbstverleidigung. Mein Wille, mein Recht, mein Ding! Und dann sagt Gott? Wo gehöre ich in die Weltgruppe? Bin ich bei den 99? Ich brauche keine Buße. Und Gott wird sich nicht freuen. Warum? Weil wenn du sagst, ich brauche keine Buße, dann wirst du auch keine Veränderung mehr. Und wenn du sagst, ich darf nicht gebrochen werden, weil ich ein feines Liebes-Ei will? Nicht mit mir! Ihr Menschen, das macht ihr nicht mit mir! Ich persönlich? Ich stand manchmal hier in der Ukraine in einer Situation, dass ich auch so gedacht habe, aber nicht mit mir. Ich packe meine Sachen und gehe. Und was ist das? Ist das Demut? Ist das Liebe? Nein! Das ist meine Natur! Und hat Susi gesagt, was anderes, wie ich gesagt habe, weil sie demütiger ist. Und weil ich lerne von Susi. Ich lerne viel von Susi. Und weil ich lerne viel von Susi. Ein Mann ist viel härter wie eine Frau. Aber Gott hat mich zum Glück gebrochen schon. Aber Gott hat mich zum Glück gebrochen. Euch wäre es schlecht gegangen. Das ist im Menschen. Aber Jesus, was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Ihr alle, alle, müsst gebrochen werden. Ihr müsst gebrochen werden. Mein Gott! Danke, danke, dass du mich gebrochen hast mit Liebe, in Liebe. Und eines Tages, viel Volk ist zu Jesus gekommen, viele Menschen, Massen. Und Jesus dreht sich um zu den Menschen, Massen. Und er sagt nicht, gratuliere, da sind wir jetzt an der richtigen Stelle. Wunderbar. Endlich begreift ihr, um was es geht. Und das ist der Erfolg meiner Mission. Gott sei es genannt. Er sieht die Mengen und wir lesen jetzt. Was sagt er? Und er sieht jetzt diese Massive Dinge und was er sagt? Jetzt nicht. Ihr lieben Mengen. Ihr Menschen Mengen. Ich habe was für euch, was ihr nicht liebt, wo ihr weglaufen werdet wie die Hasen, was ihr wollt und sie laufen einem falschen Apostel nach. Die haben auch die Bibel, die haben die Bibel und sie drehen das so hin, dass der Apostel ist ihr Gott, aber er macht ihnen ein Paradies auf Erden. Wunderbar, bei mir werdet ihr reich und glücklich und schönes Leben, euch geht es gut, bei mir geht es euch gut. Keine Angst, bei mir gibt es kein Kreuz. Der echte Jesus, der fragt von dir, alles, dein Leben, dein Herz, um allen Egoistischen abzusagen, und jeder von uns muss diesen Tod durchgehen. Du musst sterben. Das ist nicht so, dass die Tod von uns die Todesfüßung der Todesfüßung ausgehen soll, sondern es muss sich selbst umgehen. Interessant. Führt kein Weg ums Kreuz herum oder dran vorbei, und der Weg nicht durchgehen wird. Gott wird dich sterben lassen. Deine alte Natur wird sterben müssen. Je schneller, desto besser. Und das sagt Jesus zu diesen Mengen, zu diesen Mengen. Könnt ihr euch vorstellen? Vielleicht zwei, drei, viertausend Leute kommen da alle zu Jesus. Jesus sagt das, was wir gelesen haben, laut und deutlich. Was meint ihr, was die tausende von Leuten dann gemacht haben? Applaus, ja! Applaus, ja, 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 ja. Das tut weh, das tut weh zu hören. Meine Menschlichkeit darf nicht überleben. Du kommst nicht in den Himmel mit deinem alten Wesen. Du kommst nicht in den Himmel mit deinem alten Wesen. Das ist hart. Das ist schön. Es ist so hart und schlecht. Und ich muss demütig sein. Ich muss demütig sein, um das zu akzeptieren. Um das zu akzeptieren. Es ist so hart, um das zu akzeptieren. Wenn er der war richtig tätig ist, Und ich muss dem dünnen, das zu Sex und jedener Discoveren, und zu viel. Nachmittag am 15